The Maddest Obsession von Danielle Laurie Es lesen Emilia Schwarz und John Wolf Liebe HörerInnen, The Maddest Obsession enthält Elemente, die triggern können. Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass dieses Buch eine Dark Romance ist und explizite Szenen, der Bewortwahl, Darstellungen von Gewalt und Schilderungen von sexuellen Übergriffen enthält. Auf der Buchdetailseite zu The Maddest Obsession auf lux-verlag.de findet Ihr eine Triggerwarnung. Achtung! Diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Gebt bitte Acht auf Euch und lest diese nur, wenn Ihr Euch damit wohlfühlt. Hört beim Hören des Hörbuchs auf Euer Gefühl und wendet Euch an jemanden, dem Ihr vertraut oder sucht Euch professionelle Hilfe, wenn Ihr merkt, dass es Euch nicht gut geht. Ihr seid nicht allein und wir wünschen uns für Euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Lücks Verlag Für meinen Bruder Corey Du wolltest immer etwas Außergewöhnliches tun. Und das hast Du auch. Du hast uns um Längen geschlagen. Ich werde Dich immer lieben. Anmerkung der Autorin Die Maddest Obsession umfasst einen Zeitraum von sieben Jahren. Von Jannas 21. bis zum 28. Lebensjahr. Darum habe ich das Buch in zwei Abschnitte unterteilt. Vergangenheit und Gegenwart. Jedes Kapitel im ersten Teil behandelt ein Jahr in Jannas Leben, während Christians Erzählperspektive sich auf wenige Tage beschränkt. Der zweite Teil spielt in der Gegenwart und überschneidet sich zufällig mit der Handlung von The Sweetest Oblivion. Solltet Ihr The Sweetest Oblivion noch nicht gehört oder gelesen haben, es jedoch vorhaben, empfehle ich es zuerst zu hören oder zu lesen. Eure Danielle Teil 1 Die Vergangenheit Kapitel 1 Christian New York, September 2015 Erzählen Sie mir eine Sache über sich. Das Ticken der Uhr füllte die Leere zwischen uns. Mit seinen warmen Farben und den unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten sollte der Raum gemütlich wirken. Zu schade, dass die Atmosphäre davon nichts abbekommen hatte. Die Luft war schwer und süßlich, als wäre jede Lüge, die hier erzählt worden war, auf ewig gefangen. Ich kniff die Augen zusammen, als ich mich an Kyle Sheets Zwinkern am gestrigen Tag erinnerte. Er hatte dasselbe Verfahren durchlaufen, wenn auch unter einer anderen Anklage, und hatte sich mit irgendeinem Scheiß herausgeredet, weshalb er auf seinem Bürocomputer Hentai-Pornos hatte. Ich war eine wandelnde Lüge, aber die Vorstellung, mit diesem Mistkerl in einen Topf geworfen zu werden, ärgerte mich. Er trug Sneakers zum Anzug, verdammt nochmal. Ich strich mir nachdenklich über das Kinn und gestand die Wahrheit ein. Ich neige zu Suchtverhalten. Dr. Sascha Taylor konnte ein überraschtes Aufblitzen in ihren Augen nicht unterdrücken, und um von dieser menschlichen Reaktion abzulenken, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf meine Akte, die auf ihrem Schoß lag. Der Hosenanzug der Blondine wies keine einzige Falte auf. Sie war ein Yale gewesen und stammte aus altem Geldadel. Die 31-Jährige hatte alles, was ich an einer Frau schätzte. Intelligenz, Schönheit, Stil. Alkohol? fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. Drogen? Das wäre einfacher gewesen. Frauen? Frau. Ein Zahl. Ein weiteres Kopfschütteln, aber diesmal mit einem Lächeln. Ihr Blick glitt zu meinen Lippen. Sie schluckte und blickte weg. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Sie machte eine Pause. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ich sah sie ausdruckslos an. Ihr Blick wurde unruhig. Natürlich wissen Sie es. Steht dieser Vorfall in Zusammenhang mit Ihrem Suchtverhalten? Ich richtete meinen Blick auf ihre feuerroten High Heels und hasste mich plötzlich selber dafür, dass ich nicht von etwas harmloserem wie Pornos abhängig war. Ich würde das jederzeit dieser Schweinerei vorziehen. Es war öffentlich, Alistair. Tu einfach so, als ob. Mehr kann ich nicht tun. Die Worte, die mich reingeretten hatten. Ich war kein guter Mensch und ich arbeitete für viel Schlimmere. Wie dem auch sei, ich hatte in viel zu jungen Jahren gelernt, dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist. Manchmal wurde man so befleckt, dass man sich nicht mehr ins Helle trauen konnte und manchmal fühlte sich die Dunkelheit richtig an. Auch wenn letzteres nicht auf mich zutraf, würde ich niemals gefährden, was ich aufgebaut hatte. Ich hatte zu hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen, um das alles jemals für eine Frau aufzugeben. Schon gar nicht für eine, die sich anzog wie das uneheliche Kind von Britney Spears und Kurt Cobain. Nein, log ich. Wäre ich völlig aufrichtig gewesen, wäre ich innerhalb der nächsten Stunde dem FBI übergeben worden oder eher noch hätte das Büro Sascha Taylor auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen. Einige glauben, es geht um eine Frau, äußerte sie vorsichtig. Ich zog eine Augenbraue hoch. Sind Sie einige Sascha? Nein. Warum nicht? Sie wirken zu nüchtern, um sich in solcher Weise gegenüber einer Frau zu benehmen. Kalt. Sie meinte kalt. Sie hatte Recht, was den Normalfall betraf zumindest, aber es gab nichts Normales an dieser ärgerlichen Angelegenheit, die mich hierher gebracht hatte. Ich hatte im wörtlichen Sinn eine innige Verbindung mit der Kälte. Jetzt hingegen fühlte ich mich meilenweit entfernt von ihr. In meiner Brust brannte ein Feuer und leckte an den Rändern von dem, was von meiner Seele übrig war. Sascha änderte ihre Sitzhaltung und schlug ein Bein über das andere. Zurück zu diesem Suchtverhalten. Geben Sie oft Ihrem Verlangen nach, egal worum es sich handelt? Allein die Vorstellung, es zu können, schmeckte süß, ließ mein Herz doppelt so schnell schlagen und machte mich heiß und unruhig. Ich hasste die Frau dafür, dass sie mein Leben jahrelang zur Hölle gemacht hatte, aber verdammt, auch wenn ich sie nicht anfassen wollte, um ihr die Erinnerung an jeden anderen Kerl aus dem Kopf zu vögeln, bis sie halb so besessen wie ich wird und meinen Namen für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen würde. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und unterdrückte dieses Gefühl, obwohl die körperliche Spannung nicht nachließ. Niemals. Warum nicht? Mein Blick hielt ihrem Stand. Weil die Sucht sonst gewinnen wird. Und sie verlieren nicht gerne. Ihre Worte wurden zunehmend leiser. Ich konnte beinahe das Schlagen ihres Herzens hören, während wir einander in schwerem Schweigen anstarrten. Sie schob sich ein Haarsträhne hinter das Ohr, sah auf ihre Unterlagen und murmelte. Nein, tun Sie nicht. Wie das leise Ticken einer Zeitbombe kurz vor der Explosion machte die Uhr sich bemerkbar. Sascha blickte zu ihr und sagte. Eine letzte Frage, bevor unsere heutige Sitzung vorüber ist. Wie gehen Sie mit diesem Suchtverhalten um? Einfach. Mit Ordnung. Sie bevorzugen Ordnung? Fragte sie. In welchen Situationen? In allen. Ein kaum merkliches Erröten zeigte sich an ihrem Hals und sie räusperte sich. Und wenn Unordnung in ihr Leben tritt? Ein Bild von dichtem Haar, manchmal dunkel, manchmal blond, zarte, olivfarbene Haut, nackten Füßen und allem Verbotenen erschien vor meinem geistigen Auge. Das Feuer in meiner Brust brannte immer heißer und raubte mir meinen verdammten Atem. Wenn Schmerz mich normalerweise wie das Hai eines Drogenrauschs traf, sobald Gianna Russo oder, sorry, jetzt Marino beteiligt war, fühlte sich dies wie der Absturz an. Ekelhaft. Es fühlte sich verflucht bitter an. Ich antwortete ihr mit leicht zusammengebissenen Zähnen. Dann schaffe ich Ordnung. Ich stand auf, knöpfte meine Jacke zu und ging zur Tür. Und wenn das nicht möglich ist, hakte sie nach, während sie sich erhob, meine Akte lose im Griff. Mit einer Hand auf dem Türknauf blieb ich stehen und blickte auf mein Handgelenk und das elastische Band, das unter meiner Manschette verborgen war. Ein Gefühl der Häme breitete sich in meiner Brust aus. In dem Fall, Sascha, reagiere ich zwanghaft. Kapitel 2 Gianna 21 Jahre alt, Dezember 2012 Ich hatte das Glück in einer zusammengeräumten...